Und dann wieder hallo und herzlich willkommen Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus und zwar heute mit einem ganz kurzen Video, was im Endeffekt keine Review ist, sondern nur mal eine kurze Zwischeninfo. Ihr habt ja gesehen, es kam mal wieder am Dienstag kein Video und auch diesen Samstag kommt jetzt an und für sich kein wirkliches Video. Das hat private Gründe, ich kam wirklich nicht zum Bauen, ich hatte keine Chance, ich hatte wirklich wichtige Sachen zu erledigen, wie gesagt auch private Sachen, ich möchte auch gar nicht unbedingt näher drauf eingehen, aber ich bin euch so eine kleine Erklärung auf jeden Fall schuldig. Ich bin jetzt noch dabei, hier diese Titanic aus Klemmbaustein zu bauen und dazu gibt es dann auch noch eine Review und ich kann euch ein bisschen besänftigen hoffentlich und zwar kommt diese Review schon morgen am Sonntag und das ist wie gesagt noch so ein ganz ganz kurzes Zwischeninformationsvideo, um euch da auf den neuesten Stand zu behalten. Nein, Valleybrick ist nicht komplett weg von YouTube, ich mache weiter, die nächsten Wochen werden auch wieder für mich besser und nicht mehr so turbulent. Und dann habt ihr auch wieder einen normalen Upload-Rhythmus, ist ja in letzter Zeit leider hin und wieder mal ein Video ausgefallen, das wird sich aber jetzt wieder bessern. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wünsche euch jetzt schon mal einen schönen dritten Advent und ich hoffe ihr guckt euch dann morgen die Review zu dieser Titanic aus Diamondblocks an. Haut rein, euer Valleybrick.